Ja Freunde, es geht weiter. Wir stehen hier immer noch auf der Tanne, werden von diesen komischen Dingern da gestraubt. Und ja, was brauche ich denn? Hm, Wood Slap. Kann ich glaube ich in dem Ding da machen. Bisschen habe ich gespielt, aber nicht viel. Also nicht hier in der Map hier, sondern am ersten Mal. Wobei die Viecher da unten, die habe ich noch nie gesehen. Genau eher so wenig wie die da. Außer in der letzten Folge natürlich. Mein Ziel ist, dass hier nie zu sterben, aber ich glaube das schaffe ich eh nie. Und jetzt gehe ich einfach mal langsam da runter, in der Hoffnung, dass die mich nicht entdecken. Nö. Was ist das? Was ist das? Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das sind die Dinger da. Was bist du? Ei, ei, ei. Verdammt, das ist scheiße. Ich bin fast abgekratzt. Wüsste ich doch, dass ich das nie schaffen werde, hier zu überleben. Immerhin jagt mich grad nix. Potion. Könnte ich auch schon gut erstellen. Könnte ich kurz erstellen. Dann habe ich schon mal das Ding jetzt da. Okay. Leben wieder voll, ich muss nicht abkratzen, das ist gut. Jetzt habe ich auch noch keine blauen Blumen mehr. Geht's aber da an den Tannen. Bist du böse? Natürlich bist du böse. Da oben ist die blaue Tanne. Ja, hau schnell ab. Verschmache die platt. Dann wird das Ding da. Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Da komme ich nicht dran. Oh, da oben. Gut. Dann hätte ich wieder ein paar blaue Blumen. Ist da noch mehr? Da drüben gab es doch irgendwo was. Ich mach nur mal hier was weg. Kann ich da hoch? Oh. Jetzt sind sie weg. Jetzt ist hell und deshalb sind sie weg. Das ist gut. Die erste Nacht habe ich überstanden. Die erste von vielen. Horrorgame. So. Kann ich jetzt ein paar Blumen sammeln. Bevor ich wieder irgendwo hin renne, wo es keine Blumen mehr gibt. Das ist da. Das ist da noch weg. Kann ich nämlich bestimmt irgendwie da hoch gehen. Ähm. So. Darüber will ich natürlich auch noch gehen, aber. Mach mal hier gucken, was da ist so schön. Es gibt. Und da gibt es auch noch. Ähm. Guck ich da ran. Äh. Komm. 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 Ich hab's immer kurz mal, aber. Ah. Oder ist das jetzt? Nö. Ach verdammt. Da war's doch. Da. Die muss ich zu schnell. Ah. Ich hab's. Huh. Geschafft. Ich haune. Verdammt. Voll daneben. Gehüpft. Okay. Da gibt's weiße Blumen, glaub ich. Ups. So lang. Okay. Dann holen wir da noch ein paar blaue. Und dann müsste es reichen für heute. Mit den blauen. Zumindest mal. Komm ich jetzt wieder nicht hoch. Verdammt. Aber da. Oder? Ja. Ich dachte schon, wer da rennt wieder irgendwas hinterher. Eieieieieiei. Ach verdammt die Scheiße. Da kommt man nie hin. Ähm. Da ist wieder der Assgeier, der blöde. Da gibt's noch blaue Blumen. Was leuchtet denn da so komisch jetzt am Kompass rum? Irgendwas in diese Richtung. Wo ist jetzt hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Spurlos verschwunden, das Ding. War wohl doch nix. Egal. Ach genau, ich kann ja jetzt Stein absammeln. Brauch ich Stein. Ähm. Ja. Vier Stück. Oh oh. Was ist das für ein Ding da unten? Hallo. Ich seh dich. Komm. Ich mach dir mal so Stufen dahin. Will nicht kommen, scheinbar. Hallo. Hallo. Schnell weg. Da kommt's. Ah, da komm ich nicht hoch. Ich komm hier höhen. Ich komm hier nirgends hoch. Ja, verbrennen und du bist Dreckstück, du blödes. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen, verbrennen. Gut. Puh. Ei, ei, ei. So, und da müsste ich hochkommen, genau. Jetzt geh ich kurz da runter, vor Prügel, das Ding da. Hey, ei, ei, ei. Hast du Angst vor mir? Äh. Ich hab Angst. Oh, verdammt. Wie komm ich hier jetzt wieder raus? Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Ich muss da hoch. Wie komm ich da hoch? Da. Äh. 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 Lauf, 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 lauf. Ich muss laufen. So spiel ich gleich tot. Das Ding packt fest. Ich leg mich mit dem jetzt aber nicht an. Ich will ne Hütte bauen. Mit Teleporter. Oder was das für ein Ding ist, wo ich dann nach dem Tod wieder hinkomme. Ne Tür hab ich. Kann ich. Ja. Das da kann ich bestimmt auch irgendwie mit diesem Dingens da machen. Mit diesem hier. Brau ich noch mehr Stein. Äh. Verdammt. Gut, dann gehen wir noch mal in das Löchlein runter. Wo war das denn? Ähm. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Puh, 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 puh. Keine Ahnung. Da. Ja, renn weg von mir, du dummes Ding. Aber ich glaub nicht, dass ich hier unten war. Aber egal. Ich seh hier kaum was. Kaum heißt nicht, dass ich nichts seh. Das heißt, dass ich nichts seh. Dass ich nicht nichts seh. Ja, eigentlich seh ich überhaupt nix. Ich hab ja Fallen, so. Oh, jetzt seh ich was. Wie ist ne, ne, Fagel gef... Nein, nein, ich bin an dem Ding verrutscht. Okay. Wie komm ich jetzt da wieder hoch? Gute Frage, nächste Frage. Hm, hm, hm. Mach hier einfach da ein bisschen Zweck weg. Ich dachte schon, da rennt wieder was. Komm ich da jetzt rein? Gut. Ei, 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 ei. Mach mir da noch ein bisschen was weg. Höhö. Gut. So. Mach mir da noch ein bisschen Stein. Ich hör irgendwas, aber... Keine Ahnung, wo das herkommt. Tu das Gras, ich bruch Stein, verdammt. So. Nehmen wir schön Stein am Boden. Wie viel hab ich denn jetzt? 30. Das reicht doch wohl, oder? Ich hoff doch. So. Das da, genau. Gut. Jetzt hab ich schon mal das Ding ins da. Jetzt brauch ich eigentlich, was brauch ich jetzt noch? Eigentlich nix mehr. Hab doch alles. Ich will kein so ein Standardhaus bauen, wie man mit dem Ding da baut. Weil das, äh, das finde ich irgendwie kacke, das Haus. Bisschen klein. Ich will was größeres. Ich hab zwar keine Ahnung, ob das, äh, mit diesem Ding hier da abreißbar ist, oder ob es nicht abreißbar ist, oder ob es ohne das Ding abreißbar ist, oder ob es ohne das Ding abreißbar ist, oder nicht abreißbar ist. Keine Ahnung. Aber ich baue es einfach ohne. Okay. Ich bin mir gerade eigentlich ziemlich egal. So. Da hab ich Fenster auch gleich. Dann jetzt nochmal so blaues Zeug, wenn ich rankomme. Ja. Gut. Und dann suchen wir uns hier schnell mal, bevor die Folge wieder vorbei ist, ne, ne gute Gegend, wo ich was bauen könnte. Ne, wo baue ich denn am besten? Soll ich was in den Berg bauen? Das wäre vielleicht am einfachsten. Einfach ein Loch in den Berg rein und dann, dann ne Tür ran bauen. Ähm. Oder da komm ich doch hoch. So. Okay. Hier oben. Oder soll ich auf den Baum hoch? Baumhochst bauen. Boah, hier steht jetzt ein fetter Baum. Heilige Kacke. Könnte ich hier direkt in den Baum reinbauen. Hehehe. Da geht's immer noch weiter. Da auch. Okay, da vorne ist dann, glaube ich, Ende. Wie das ausgesehen hat. Ist eigentlich groß genug. Wobei ich darüber jetzt nicht bauen kann. Na ja, darüber auch nicht wirklich. Egal. Will ich mal ne kleine Hütte hier an den Baum reinmachen. So. Okay. Jetzt mach ich da ein bisschen ne Faggel hin. Damit ich auch gleich was sehe. Okay. Da. Nein, da kann ich bauen, glaube ich. Okay. Schön darüber bauen. Hoffen, dass da nicht so doof die Tür jetzt gleich rein kommt, weil noch keine Tür dran ist. Das sieht gut aus. Also das ist schon mal größer als das normale Dingens, glaube ich. Oh. Egal. Mach ich wieder zu nachher. So. Gut. Wie mache ich das jetzt ein bisschen zu? Okay. Ist zu. Ich hoffe, die kommen da nicht rein. Okidoki. Die erste Hütte steht. Jetzt brauche ich nur noch ne Tür. Oder lege ich schon? Nö, habe ich noch keine gebaut. Wo haben wir die da? Gut, 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 gut. Tada. Da noch diese fallen. Da eine hin. Und da eine hin. Und da noch eine hin. Und draußen auch noch welche hin, damit man auch sieht, wo der Eingang ist. Gut. Okay. Okay. Weiß jetzt steht. Sie zwar ein bisschen kag-geo aus, aber egal. Kann ich ja noch ein bisschen verschönern. Und da unten halt noch. Und da unten halt noch. Wobei. Ich brauche das ganze Holz nicht da verballern. Ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch mit dem Ding da. Wo setze ich das hin? Das setze ich da hin, oder? Mach ich so in der Mitte. Äh. Kurz mal war's weg, das Ding, das blöde. So. Äh. Ich glaube, das da brauche ich. Was brauche ich denn noch alles? Stone. Wood Slap. Wood Slap mache ich gerade. Da brauche ich Stone Slap. Da brauche ich Stone Slap und Bedrock. Und Wood Slap. Kann ich eine neue Facke? Woodrod. Oh. Dust. Evil. Dust. Staub. Teufel. Nein, Staub. Staub, Feind. Staub. Oder so. Heh. TNT. Stun Bomb. Explosive Bombe. Flare. Oh je. Da brauche ich auch Wood Slap. Ich mache mir das da mal raus. Und dann macht mir... Okay, das kann ich ja schon. Mach ich mir doch gleich. Kann ich wieder auch gleich was Besseres bauen. Und abbauen. Das brauche ich da, das kann ich noch nicht. Das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Aber... Ah, das kann ich. Woodwall. Oh, das ist auch gut. Äh, ja. Gut, egal. 24 Schluck. Hm, ich kann ein Bett. Äh, ja. Okay, dann nicht. Wood Flur. Wood Wall. Wood Flur. Was ist da jetzt der Unterschied? Das sieht auch beides gleich aus, oder? Kann ich nicht so einfach eine Wand auch als Boden benutzen? Muss ich da unbedingt so eine Flur-Dingens als Boden machen? Ich brauche da auf jeden Fall mehr. Ich mache nochmal so eins. Und dann gucke ich da mal. Das kann ich doch bestimmt auch als Boden benutzen. Ups. Das kann man scheinbar überall benutzen. So. Wird. Machen wir das da ran. Ein Holz... Was war das? Ein Holz macht, äh, acht solche Dinger. Oder so, irgendwie. Nein. Ein Holz macht zwei solche Wood Slap. Und, äh, ein Wood Slap... ...macht acht solche Dinger. Oder wie war das jetzt? Gut, zwei Wood Slap machen... ...a- ...acht von denen. Und... Und, 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 und... ...da, zwei. Also ein Holz macht acht von denen. Dann ist das auf jeden Fall billiger, glaube ich. Wie der falsche Tat steht. So. So. Kann ich nämlich vielleicht das ganze Holz wieder abbauen. Ups. Negal. Wie so schön billig, da kann ich auch gern mal was verballern. Ups. Negal. Ups. ...physisch sehr logisch. Okay, okay, okay. Die Oralise könnte ich da auch Finschel reinbauen. Hm. Na ja, für den Anfang reicht das schon. Manchmal bleibt das irgendwie stehen. Obwohl es nicht stehen bleiben sollte. So, 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 so. Okay. Komm ich jetzt ringsrum? Nö, hab ich nicht. Okay, das wird doch viel schneller, glaube ich. Okay. Gut. Ich hab keins mehr, verdammt. Dann mach ich gleich nochmal solche Dinger. Okay. Gut, dass ich so eine gescheite Maus hab, wo man einfach die linke Maustaste drauflegen kann und dann einmal klicken und man ist klickt tausend mal. Dann muss ich nicht selber klicken die ganze Zeit. Ähm, wo was will ich denn jetzt? Das da. So. Bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Und da auch noch. Gut. Dann hätten wir die Hütte schon mal so weit fettig. Der Boden fällt noch ins Dach. Wobei ich gerade überlege, ob ich da eine Treppe hochbauen soll. Oder da unten. Hm. Könnte ich ja beides. Ich kann noch mehr Treppe bauen. Wie ging das jetzt nochmal? Äh, da. Dwein und Stonerod. Was mach ich eigentlich mit den Steinen? Stonerod. Und Stone Sled. Okay, muss reichen. Hm, was mach ich mit denen? Dwein. Dwein. Brauchte ich Dwein? Dwinne. Dwinne. Äh. Ja. Dann machen wir das auch noch. Dann machen wir das voll. Voll ins voll. Alle rausnehmen. Und. Könnte ich ja gleich noch welche bauen. So. Kann ich nämlich den Boden auch gleich da. Ops. Machen. Okay. Okay. Und die Aufnahme wird schon wieder länger. Hahahaha. Immerhin kann ich jetzt auf die Uhr gucken. Also, auf die Aufnahmezeit vor Dingens dann. Dum, 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 dum. Jetzt Pilz, nehme ich natürlich auch mit. Was machen die da jetzt hin? So. Das reicht auf jeden Fall. Gut. Sieht doch schön aus, irgendwie. Wie schön scheiße. Richtig scheiße. Aber egal, die erste Hütte, das passt schon. Draußen gucken, da ist schon wieder dunkel. Okay. Da könnte ich noch was dran machen. Das da mache ich mal weg. Wohl. Das da weg. Das ist da weg. Und dann machen wir da das da rein. So. Und so. Okay. Sieht man jetzt von der Ferne aus. Bäm, 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 bäm. Hihi, hihi. Können wir rausgucken. Gut. Fangen wir das Zeug vollends raus. Dann kann ich da noch kurz mal... Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Das da. Obsidian, Kohle, Eisen, Diamant und Lumite. Kann ich da abbauen. Und Kohle brauche ich ja eigentlich nicht. Da habe ich ja schon einiges. 25. Hm. 25 Schießpulver. Das Ding hätte ich auch. Das da kann ich wegwerfen. Das wird Mendelheimers sein. Und das da. Ach so. Okay. Was ist das da? Taming Color. Der Root to any creature's heart is with a beautiful handcrafted color. Used to tame wild creatures. Dann könnte ich mir so kleine Schweinchen da als Haustiere nehmen. Hm. Händen wir das dann auch noch alles mit? Was wollte ich eigentlich damit nicht machen? Treppen. Treppen. Mal gucken. Kurz. Wie das aussieht. Habe ich die irgendwo weiß? Nö. Da draußen hätte ich was. Das könnte ich eigentlich auch wegmachen. So. Die Ding. Jetzt brauchen wir mehr hochhüpfen. Gut. Gut. Okay, Freunde. Die Hütte steht soweit. Wenn es da mitten im Raum steht, das werfe ich weg, brauche ich nicht mehr. Okay. Die Hütte ist fertig für den Anfang mal. Unser erstes eigenes Zuhause, nachdem wir von den Elfen rausgeworfen worden sind. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vergisst aber nicht, dass ihr hier auf diesem Server auch rumspielen dürft. Ihr dürft auch gern vorbeikommen und mich kaputt machen, wenn es geht. Geht. Ich setze euch noch so einen Talentförder hin. Geht nicht. Fahrt gehen weg. Okay. Hello other players to travel here. Okay. Wobei. Na gut. Solange ich noch keine Truhe da drin habe, ist das gut. Aber das Türchen hier kann ich nicht sperren. Da geht's. Jeder kann es benutzen. Gut. Egal. Ist da nochmal irgendwas, wo ich entpflanzen könnte? Äh, nö. Zurzeit nicht. Ich könnte so eine Truhe bauen, aber dann besteht die Gefahr, dass jemand vorbeikommt und alles plündert. Hihi. Willi, mach ich einen extra Raum, wo dann bloß ich reinkomme. Wie das auch immer gehen sollte. Wenn man die Tür nicht sperren kann. Lang drauf drüben geht auch nicht. Hm. Egal. Gut, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und viel Spaß und so. Tschüss.